So, da wär' wir. Ganz locker, ganz leger, ne? Viele schauen schon wieder ängstlich. Nein, es wird noch lauter nachher. Wir feiern gemeinsam mit Ihnen ins Jahr 2015. Schön, dass Sie da sind, bereits zum zehnten Mal mit mir. Einmal habe ich ja geschwänzt vor drei Jahren, aber dieses Jahr bin ich wieder dabei. Ich freue mich auf viele Freunde, viele nette Bekannte, viele bekannte Gesichter und auch viele neue Gesichter. Ansonsten, wir starten ganz zwanglos, machen wieder so eine Zeitreise bis Mitternacht. Da geht's los in den 70ern, die 80er, die 90er und nachher dann nach Mitternacht das Beste von heute. Ansonsten grüße ich Sie richtig herzlich nochmal. Willkommen im Namen von Frodis, vom gesamten Team, von Romana und ihren Leuten. Guten Abend, viel Spaß, wie immer. Ganz, ganz locker. Bis morgen früh. Bis hell. Gisbert, am meisten freu' ich mich, dass du da bist. Gib alles, Peter! Das ist Tradition, oder? Guten Abend, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Das Team von Vodis wünscht ein frohes neues Jahr, Gesundheit, Glück zu euch begleiten. Vielen Dank eurem Namen vom Team, dass ihr da seid. Wir werden jetzt nachher richtig losfeiern. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß draußen mit unserem großen Feuerwerk. Wir haben oft ein oder andere Highlight privat. Schaut es euch an, schaut es euch an, passt auf eure Kinder auf und auf euch selber auch. Viel Spaß jetzt beim Feuerwerk draußen vor der Tür. Ja, danke schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.